Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist das Kulturangebot im Heilbronner Deutschhof. Das Stadtarchiv Heilbronn mit dem Haus der Stadtgeschichte. Hier kannst du Heilbrons Historie multimedial entdecken, von der ersten Erwähnung bis heute. Und die städtischen Museen im Deutschhof. Seit 1991 erlebst du hier Heilbrons Geschichte in Archäologie, Naturgeschichte, Kulturgeschichte und Kunst.